In jeder Schule gibt es sie. Die unfreiwilligen Außenseiter. Kinder, die neu in eine Klasse kommen, die schüchtern sind oder einfach nur irgendwie anders als die anderen. Im Unterricht lässt sich das nur selten lösen, bei freizeitpädagogischen Angeboten dagegen schon. Denn diese Aktivitäten fördern soziale Kompetenzen und stärken das Wir-Gefühl. In der Gemeinschaft werden Berührungsängste abgebaut, Gemeinsamkeiten entdeckt und Freundschaften entstehen. Und die finden natürlich auch auf dem Schulhof und darüber hinaus ihre Fortsetzung.